Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um die Division 2025, also die erste wieder voll ausgerüstete und einsatzbereite Division des Deutschen Heeres für die Landes- und Bündnisverteidigung. Wenn euch Sicherheitspolitik interessiert, abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. Legen wir los! Bei der Division 2025 handelt es sich um die 10. Panzerdivision. Diese soll bis 2025 über eine Vollausstattung verfügen und somit als kaltstaatfähige Division für die Landes- und Bündnisverteidigung bereitstehen. Ursprünglich hatte das Heer damit geplant, diese Division erst ab 2027 bereitstellen zu müssen. Jedoch hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine diese Planungen etwas beschleunigt. Was für einige Probleme sorgt, zu denen wir später noch kommen. Aufgrund des erhöhten Zeitdrucks soll die 10. Panzerdivision bis 2025 auch nur über zwei statt drei voll ausgerüstete Kampfbrigaden verfügen. Die dritte voll ausgerüstete Kampfbrigade der 10. Panzerdivision soll ab 2027 zur Verfügung stehen. Hinzu kommen Divisionstruppen und die 13. Lichtebrigade der niederländischen Streitkräfte. Bei den beiden voll ausgerüsteten Kampfbrigaden wird es sich um die Panzerbrigade 12 und die Panzergrenadierbrigade 37 handeln. Die Panzerbrigade 12 wird über eine Stabskompanie, eine Fernmeldekompanie, zwei Panzerbataillone, zwei Panzergrenadierbataillone, ein Aufklärungsbataillon, ein Panzerartilleriebataillon, ein Panzerpionierbataillon und ein Versorgungsbataillon verfügen. Die Gliederung der Panzergrenadierbrigade 37 ist fast gleich. Der einzige Unterschied ist, dass sie über lediglich ein Panzerbataillon und dafür über drei Panzergrenadierbataillone verfügen wird. Als dritte schwere deutsche Brigade soll ab 2027 die dann voll ausgerüstete Panzerlehrbrigade 9 hinzukommen. Allerdings bleibt diese laut dem Zielbitteinsatzkräfte Herren der 1. Panzerdivision unterstellt, weshalb es auch gut möglich ist, dass sie für einen anderen Auftrag bereitgehalten wird, beispielsweise für die dauerhafte Stationierung in Litauen. Dazu ebenfalls später mehr. Die Gliederung hingegen ist identisch mit der Panzerbrigade 12. Die Divisionstruppen der 10. Panzerdivision werden ein Fernmeldebataillon, ein Artilleriebataillon, ein Aufklärungsbataillon, ein Panzerpionierbataillon und ein Versorgungsbataillon umfassen. Bei Bedarf sollen zur Unterstützung Chortruppen und Truppen anderer Organisationsbereiche hinzukommen, beispielsweise Logistikeinheiten, Schwimmbrückenpioniere, ein Hubschraubereinsatzverband, Flugabwehrkräfte, Feldjäger, ABC-Abwehrkräfte, Iloka-Kräfte, Sanitätskräfte und so weiter. Womit wir zum Ausrüstungsstand und der Beschaffungsplanung für die Division 2025 kommen. Zur Verbesserung der Führungsfähigkeit ist das Beschaffungsvorhaben Digitalisierung landbasierter Operationen, kurz DLBO, in der Mache. Dieses Vorhaben umfasst unter anderem ein Battle-Management-System, digitale Funkgeräte und Kommunikations-Server. Aufgrund des Zeitdrucks wird die Division 2025 vorerst mit einer abgespeckten Version als DLBO-BASIC bezeichnet ausgestattet. Dafür sollen bis 2025 weitere Soldatenfunkgeräte SDR, neue Führungspunkgeräte und SATCOM-BW Stufe 2 beschafft werden. Die drei Aufklärungsbataillone werden größtenteils mit bereits vorhandener Ausrüstung ausgestattet, zum Beispiel mit dem Spähwagen Pfennig oder dem Gerät der Schallmesszüge. Die aktuell noch in Nutzung befindlichen Bodenradarsysteme PARA und BORA werden seit diesem Jahr durch 69 neue Beobachtungs- und Aufklärungsradare zur Überwachung, kurz BARÜ, ersetzt. Bis 2025 sollen auch erste Systeme der LUNA-NG oder auch HUSA genannt zur Verfügung stehen. Diese sollen die KZO- und LUNA-Drohnen in den Aufklärungs- und Artilleriebataillionen ersetzen. Die insgesamt fünf Panzergrenadierbataillone der Division 2025 werden mit dem System Panzergrenadier ausgestattet sein. Dieses System umfasst den Schützenpanzer Puma und das Soldatensystem Infanterist der Zukunft erweitertes System, kurz IDZ-ES. Bisher wurden schon rund 220 IDZ-ES Zugsysteme für jeweils 40 Soldaten ausgeliefert. Für die Division 2025 wurde die Beschaffung weiterer Zugsysteme der dritten Generation eingeleitet. Laut Aussagen des Heeres bedarf es für eine Vollausstattung der Panzergrenadierbataillone der Division 2025 insgesamt 266 Schützenpanzer im Konfigurationsstand S1. Und obwohl mittlerweile die Umrüstung aller Puma unter Vertrag ist, soll dieses Vorhaben erst im Jahr 2029 abgeschlossen sein. Folglich werden die fünf Panzergrenadierbataillone der Division 2025 nicht vollständig mit Pumas im Konfigurationsstand S1 ausrüstbar sein. Die für die drei Panzergrenadierbataillone benötigten Kampfpanzer Leopard 2 sind hingegen bereits vollständig in der Truppe vorhanden, wenn auch in unterschiedlichen Versionen. Das Heer geht jedoch davon aus, dass es bis 2025 über rund 200 modernste Leopard 2 verfügen wird und damit mehr als genug für die drei Panzergrenadierbataillone der Division 2025. Die Ausgestaltung der Artilleriekräfte der Division 2025 ist noch nicht final abgeschlossen. Sicher ist wohl, dass die Panzerartilleriebataillone der beiden Brigaden jeweils über zwei Rohratilleriebatterien mit jeweils neun Panzerhaubitzen 2000 verfügen sollen. Das Artilleriebataillon auf Divisionsebene soll als gemischtes Artilleriebataillon über Rohr- und Raketenartilleriebatterien verfügen. Die noch vorhandenen 98 Panzerhaubitzen 2000 werden also für die Division 2025 ausreichen und sollen zukünftig auch noch modernisiert werden. Und auch die noch vorhandenen 35 Mars-Raketenartilleriesysteme werden für die Division 2025 genügen. Für die Jointfire Support Teams sollen sogenannte schwere Feuerunterstützungsteams auf Basis des GTK Boxers beschafft werden. Insgesamt 28 Teams mit je zwei Fahrzeugen. Allerdings werden diese aller Voraussicht nach nicht rechtzeitig bis 2025 zur Verfügung stehen. Nicht nur die Artillerietruppe, sondern auch die Pioniertruppe wird verändert. So wird das Panzerpionierbataillon auf Divisionsebene mit einer Panzerpionierkompanie, einer Pionierkompanie sowie zwei Pioniermaschinenkompanien vergleichsweise stärker ausfallen als die Panzerpionierbataillone auf Brigadenebene. Diese sollen lediglich aus zwei aktiven und einem gekaderten Panzerpionierzug, einem Pioniermaschinenzug und leichten Kampfmittelabwehrgruppen bestehen. Die Ausrüstung der Pionierkräfte wird unter anderem den Pionierpanzer Kodiak, den Brückenlegepanzer Leguan und den Minenräumpanzer Keiler sowie 23 Minenverlegesysteme 85 mit neuen Zugfahrzeugen zur Reaktivierung der Sperrfähigkeit der Pioniere umfassen. Darüber hinaus soll die Division 2025 im Einsatz einen Hubschrauber-Einsatzverband bestehend aus NH90 und UH Tiger zur Verfügung gestellt bekommen. Offen ist bisher hingegen, wie der Schutz vor Bedrohungen aus der Luft sichergestellt werden soll. Sehr wahrscheinlich wird dieser aus vier kombinierten Flugabwehrbatterien mit ihres TSL-M und ihres TSLS bestehen, welche im Rahmen des Vorhabens Nah- und Nächstbereichsschutz beschafft werden sollen, sowie aus einem neuen Flugabwehrkanonenpanzer, sehr wahrscheinlich dem Skyranger 30 von Rheinmetall. Allerdings dürften all diese Systeme nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, folglich wird der Schutz vor Bedrohungen aus der Luft bis 2025 nur unzureichend gewährleistet sein. Wenn euch das Vorhaben Nah- und Nächstbereichsschutz interessiert, schaut euch gerne mein Video dazu an. Ich verlinke euch das hier auf dem i. Bevor wir zum Fazit kommen, eine kurze Zusammenfassung der Zahlen, Daten und Fakten der Division 2025. Diese Division wird aus Divisionstruppen und zwei Kampfbrigaden bestehen. Diese umfassen insgesamt drei Panzerbataillone, fünf Panzergrenadierbataillone, drei Aufklärungsbataillone, drei Artilleriebataillone, drei Panzerpionierbataillone, drei Versorgungsbataillone, ein Fernmeldebataillon, zwei Stabskompanien und zwei Fernmeldekompanien. Hinzu kommen die Kompanien und Bataillone der niederländischen 13. Lichtebrigade sowie bei Bedarf Chortruppen und Truppen anderer Organisationsbereiche. Die Ausrüstung umfasst unter anderem mindestens 132 modernste Leopard 2 Kampfpanzer, 266 Schützenpanzer Puma, über 36 Panzerhaubitzen 2000 und vieles mehr. Insgesamt 1139 verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Zum Schluss noch ein kurzes Fazit meiner Seite. Aufgrund des New Force Models und der deutschen Zusage ab 2025 eine voll ausgestattete Division zu diesem beisteuern zu wollen, ist aus der Division 2027 nun die Division 2025 geworden. Nur sind diese Planungen leider weder in materieller noch in personeller Hinsicht realistisch. Wichtige Beschaffungsvorhaben wie DLBO, Puma S1 oder Flugabwehrfähigkeiten werden nicht rechtzeitig vollständig bereitstehen. Aufgrund des vorgezogenen Zeitplans, Verzögerungen beim Projekt selbst oder mangelnder Finanzierung. Einem internen Schreiben zufolge wäre zur Zeit selbst bei Rückgriff auf die Bestände des gesamten Heeres bei 256 von den insgesamt angesprochenen 1139 Positionen weniger als 60% des benötigten Materials verfügbar. So der Heeresinspektor Al von Meis. Auch die personelle Vollausstattung wird aller Voraussicht nach nicht erreicht. Von den benötigten 16.500 Dienstposten für die Division 2025 werden wohl nur rund 79% besetzt sein. 100% seien nur durch eine gezielte Personalsteuerung und Priorisierung zugunsten der Division 2025 erreichbar. Was wiederum zu Lasten der übrigen Truppenteile gehen würde. Und nun kommt auch noch eine dauerhaft in Litauen zu stationierende Brigade hinzu. Ebenfalls wahrscheinlich bis 2025, 2026. Bisher ist allerdings nicht bekannt, um welche Brigade es sich dabei handeln wird. Aus militärischer Sicht dürfte die Stationierung einer schweren Brigade am meisten Sinn machen. Da die Panzerbrigade 12 und die Panzergrenadierbrigade 37 jedoch für die der NATO zugesagten Division 2025 benötigt werden, bliebe für diese Aufgabe an und für sich nur die Panzerlehrbrigade 9 übrig. Hier könnte es also noch zu weitergehender finanzieller, materieller und vor allem personeller Überlastung kommen. Als wären das nicht schon genügend Baustellen, soll ab 2027 die 1. Panzerdivision ebenfalls voll ausgestattet und einsatzbereit sein. Hat man natürlich auch der NATO schon zugesagt. Wenn man all diese Zusagen einhalten möchte, und das sollte man, da Deutschland aufgrund verfehlter Zusagen in den letzten Jahren bereits heftig in der Kritik steht, muss nun drastisch gegengesteuert werden. Es bedarf mehr Geld und Personals. Ersteres wäre vergleichsweise einfach zu realisieren, sofern der politische Wille da ist. Beim Thema Personal muss die Truppe und die Politik schon sehr kreativ werden, um diese Zusagen zu erfüllen. Das war es auch schon zur Division 2025. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Moritz, der dieses Video sicherlich wieder wunderbar zusammenschneiden wird. Und an euch ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.